Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute die Frage klären, was macht denn mehr Sinn? Mischt ihr eure Black & Gray Schwarztöne selbst an oder nehmt ihr einfach ein Farbset? Heute in diesem Video klären wir einfach mal die Vorteile von solchen Fertigmischungen gegenüber selber mischen. Oder auch die Nachteile. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Ich bin der Pia vom Tattoo Studio Ink Area. Die Idee zu diesem Video habe ich, weil ich aktuell von Inked Army dieses neue Farbset hier habe. Das werdet ihr auch in dem Video öfter mal sehen. Es hat aber nichts mit dem, ob sie gut ist oder schlecht ist, zu tun. Es geht halt einfach darum, ich habe dieses Farbset jetzt hier. Und nun kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Man könnte sagen, dass ein Fertigfarbset ist reproduzierbar. Ihr habt zum Beispiel einen Kunden, da habt ihr die Sitzung nicht geschafft. Ihr fangt beim nächsten Mal wieder an. Ihr nehmt euer Farbset, füllt die Töpfe auf und habt genau den gleichen Farbton, den ihr in der ersten Sitzung habt. Das wäre zum Beispiel eins, wo man sagen könnte, das ist gut. Allerdings habe ich das beim Selbstmischen auch. Denn ich glaube, solange wie ich tätowiere, nutze ich immer dieselbe Größe der Farbkappen. Also 14er Farbkappen. Und gehen wir jetzt mal davon aus, ich mische mir fünf Farbstufen an. Dann habe ich in der ersten 100%, in der zweiten mische ich mir um die 50% an und die letzten drei Farbstufen, die passe ich der Haut an. Und genau da hat so eine Fertigmischung den Nachteil. Denn ich nehme nicht bei jedem Kunden dieselben Schwarztöne. Nehmen wir einfach mal an, hier kommt ein Kunde, der ist sehr blass, also ein, ja, Europäer. Ich glaube, das nennt man dann so, wenn die sehr helle Haut haben. Da kann es einfach passieren, dass so ein Light Grey, also der hellste Farbton, schon viel zu dunkel ist. Dass das Gesamt-Tattoo dann einfach nicht zu der Person passt. Denn ich denke, wenn jemand einen sehr hellen Hauttyp hat und ihr knallt da richtig dunkel rein, dann sieht das irgendwie nicht so richtig gut aus. Also passe ich meine Farbmischung an. Jetzt kommt aber ein Kunde, der arbeitet den ganzen Tag draußen, ist, ja, hat so einen südländischen Hauttyp. Alles so ein bisschen dunkler, ein bisschen braun. Jetzt kann es einfach sein, dass mein hellster Farbton gar nicht passt. Wenn wir dann mit den hellsten Farbton schattieren, dann kann es sein, dass wir einfach nur, die Haut wird rot, das Wundwasser kommt raus, aber die Schattierung erkennt man nicht. Man hat das Gefühl, die Farbe geht nicht rein. Dabei ist die Hautfarbe schon dunkler als euer hellster Farbton. Der nächste Punkt könnte sein, ich habe halt immer die gleiche Farbstufe. Es kann ja auch mal passieren, ihr mischt eure Farbe an und der Tropfen ist einfach viel größer als der sonst. Das kann ja auch passieren. Vielleicht einfach nicht richtig durchgeschüttelt und dann ist ja vielleicht zu doll gedrückt, dann ist der Tropfen halt anders. Das kann natürlich passieren. Deshalb mische ich zum Beispiel meine Farbe immer erst von dem vollen Topf bis zum niedrigen Topf an. Ich denke, jeder, der schon mal angemischt hat, der kennt dieses Problem, ihr wollt mit dem hellsten Farbton anfangen. Dort sollen nur zwei Tropfen rein. Jetzt kommt ihr mit eurer Flasche, fangt an zu tropfen und dann hauen gleich drei Tropfen rein. Ja, was macht man dann? Das ist natürlich ein Problem. Deshalb mische ich meine Farbe immer anders an. Also genau von der anderen Seite. Ich schüttel meine Farbe durch, dann mache ich erst den 100% Farbtopf rein, dann gehe ich auf 50% und die restlichen, die tropfe ich. Also falls mal die ersten Tropfen rauskommen und es sind drei oder vier, muss man natürlich ein bisschen schneller gucken, damit man das gezählt bekommt. Aber dann passen wir das einfach an auf zwölf Tropfen, sechs Tropfen, drei Tropfen. Und dann funktioniert das in den meisten Fällen. Aber darum soll es ja gerade nicht gehen. Ich kann euch sagen, aus Erfahrung, dass diese Farbabstufungen nach einer halben Stunde Tätowieren sowieso nicht mehr den richtigen Farbton haben. Denn nehmen wir mal an, ihr macht irgendeine Stelle tiefschwarz. Jetzt habt ihr das eine ganze Weile gemacht. Die Farbe ist in einigen Ecken auch schon angetrocknet in dem Modul. Und jetzt fangt ihr an, diese Farbe auszuwaschen. Es gibt natürlich Mittelchen, damit das irgendwie ein bisschen besser geht. Ich habe ja bei mir im Shop dieses Oxolon, das funktioniert auch ganz gut. Und ich wasche meine Nadel aus. Jetzt habe ich das Gefühl, sie ist richtig ausgewaschen. Da ist kein Farbklicks mehr drin. Jetzt gehe ich in den hellsten Farbton. Aber war die Nadel auch trocken? Was ist, wenn da noch irgendwo klares Wasser mit drin ist? Und ich gehe jetzt mit diesem Wasser in den hellsten Farbton. Also habe ich doch schon einen Farbstich. Oder vielleicht ist auch einfach nur ein bisschen 100% schwarz an irgendeiner Ecke. Und ich gehe in den hellsten Farbton rein. Dann haut der auch nicht mehr hin. Das passiert mir natürlich beim Selbstmischen auch. Aber das ist jetzt eine Sache, wo ich jetzt nicht sagen würde, das wäre der Grund, warum ich eine Fertigmischung nehmen würde. Und dazu kommt ja noch, jetzt kommt noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr nachfüllen müsst, füllt nicht die alten Töpfe nach. Nehmt euch eine neue Farbkappe und füllt dort die Farbe nach. Denn, wenn wir zum Beispiel ein Blackout-Tattoo machen. Also wir machen eine, ja, wir machen 100% schwarz. Einfach rein. Jetzt habt ihr eure Nadel, eure Farbe. Ihr tunkt immer rein, legt los und geht immer die ganze Zeit nach und nach. Jetzt ist euer Farbtopf nur noch halb voll. Meint ihr, dort ist noch 100% schwarz drin? Es ist nicht. Denn, ihr nehmt das Wundwasser aus der Haut mit in die Nadel. Ihr taucht immer wieder in die Farbe ein. Ihr geht mit eurem Green Soap Lappen, wischt drüber. Das saugt ihr auch mit auf. Ich würde behaupten, kommt immer ein bisschen auf die Größe des Farbtops an. Wenn da nur noch ein Viertel drin ist oder so, dann habt ihr dort kein Schwarz mehr drin. Dann ist das eine Mischung aus Schwarz, Wundwasser und Green Soap. Und wenn ihr dann wieder auffüllt, habt ihr euren Farbton definitiv nicht. Also, wir merken uns, wenn wir auffüllen müssen, nehmen wir auch eine neue Farbkappe. Nun kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Preis. Wenn ich jetzt eine Flasche Schwarz habe, ich arbeite zum Beispiel mit dem Eclipse super gern. Dieses Eclipse kann ich halt nutzen für ganze Flächen füllen. Ich kann es aber auch als Linerfarbe nutzen. Wenn wir jetzt eine Farbmischung haben, wo die schon komplett fertig sind, da ist es in den meisten Fällen, wir haben ein Schwarz für Flächen machen. Wir haben ein Lining Black mit bei. Und dann haben wir meistens drei Abstufungen noch mit drin in diesem Karton. Also, die meisten Sets sind entweder Fünfer-Sets oder Sechser-Sets. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Carbon. Dort haben wir 13 Farben. Das ist aber eigentlich nur dafür da, weil die lassen sich nicht untereinander mischen und auch nicht mit Wasser mischen. Aber das ist ein anderes Thema. So reguläre Farbabstufungen, die haben halt fünf Flaschen. Jetzt nehmen wir einfach mal hier so eine Flasche Eclipse. In dieser Flasche Eclipse ist 100% Eclipse drin. Da mische ich mir meine Farbstufen runter. Jetzt habe ich aber ein Set. Jetzt rechnen wir uns das einfach mal aus. Wenn ich meinen hellsten Farbton haben will, dann tropfe ich da vielleicht zwei Tropfen oder drei Tropfen schwarz rein. Der Rest ist Wasser. Bei dem mittleren Ton sieht das nicht viel besser aus. Versteht ihr, auf was ich hinaus will? Wenn ihr euch ein Farbset kauft, was fünf oder sechs Farbstufen hat, dann überlegt mal, wie viel Farbe denn da wirklich drin ist. Ich will mir nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, wenn ihr euch ein Fünfer Farbset kauft, da sind dann maximal zwei Flaschen schwarz drin. Der Rest ist halt einfach Wasser oder Shading Solution, was auch immer das da gestreckt wird. Und für diesen Preis bekommt ihr mehrere hundert Prozent Flaschen. Also auch beim Preis würde ich sagen, ist so ein Farbset definitiv nicht vorne. Man könnte natürlich sagen, ja, aber ich habe einfach keine Lust, das Anmischen und all so ein Kram. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist eine Sache, die habt ihr nachher in eurem Kopf drin und dann funktioniert das wunderbar. Denn zu dem Preis kommt ja auch noch hinzu, stellt euch vor, ihr müsstet immer wieder dieses Set kaufen. Welche Farbe ist denn als erstes leer? Als erstes ist definitiv die Liner-Farbe leer. Dann könnt ihr vielleicht sagen, alles klar, ich nehme noch die Farbe zum Füllen und mische die noch ein bisschen runter, damit ich keinen unterlaufen bekomme beim Linienziehen. Aber dann ist auch spätestens ist die dann leer, die zum Füllen. Dann habt ihr immer noch drei Farbabstufungen, die da einfach rumstehen. Jetzt gibt es natürlich einige Hersteller, da könnt ihr diese Farbsets auch einzeln nachkaufen. Aber was ist, wenn das nicht geht? Dann kauft ihr euch ein neues Farbset und habt dann die drei Abstufungen einfach irgendwo rumstehen. Also vom Preislichen sehe ich da keinen Vorteil. Nun kommen wir noch zu einem Problem. Das ist höchstwahrscheinlich ein super Luxusproblem. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du eine Flasche aufschüttelst oder ob du fünf Flaschen aufschütteln musst. Ich kann es schon sehen, die Kommentare. Das ist ja totaler Quatsch. Wo ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist in meinen Augen tatsächlich immens. Denn wenn ihr zum Beispiel mal ein buntes Tattoo gemacht habt und ihr braucht da sieben oder acht Farben, Wenn ihr diese Flaschen alle aufgeschüttelt habt, dann wisst ihr, was ihr getan habt. Und nun gibt es gleich nochmal einen Tipp dazu, wie ihr eure Farben aufschütteln solltet. Versucht immer ein Cewa oder irgendein Papiertuch dazwischen zu halten. Ich schaue, ob ich die Bilder finde, aber ich habe mittlerweile schon zweimal meine Kunden mit Farbe überschüttet. Beim ersten Mal war es schwarze Farbe. Ich schaute so zu meinem Farbregal und schüttelte dann. Und mein Kunde saß mit einem Handy. Der hat das gar nicht so schnell gerafft. Auf einmal ist der Deckel gerissen und die ganze Farbe über meinen Kunden rüber. Das ist super ärgerlich. Das letzte Mal, das ist noch gar nicht so lang her, da hatte ich irgendeinen Türkis, eine bunte Farbe. Da ist auch der Deckel gerissen. Und natürlich über die nagelneuen weißen Schuhe meiner Kundin rüber. Auch die Klamotten. Ich mich selbst auch eingesaut. Also schaut immer, dass ihr irgendwie ein Cewa dazwischen habt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Fehler von einem Flaschenhersteller oder von so einer Flaschenkappe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das passiert einfach, wenn ihr zum Beispiel die Deckel einfach zu stark zudreht. Dann kann es einfach passieren, dass sie oben reißt. Aber wann ist zu fest und wann ist zu lose? Wenn ich das zu lose habe, kann die Farbe an der Seite raus. Wenn ich es zu fest mache, kann es passieren, dass der Deckel reißt. Also egal wie, wenn ihr ein Cewa dazwischen habt, dann ist die Gefahr relativ gering, dass ihr euch da komplett einsaut. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Ich denke, der eine oder andere, der hat das jetzt schon rausgehört. Ich bin kein Freund von Fertigmischung. Ich habe das alles ausprobiert. Ich glaube, World Famous ist ja mit einer, der die meisten Farbsets draußen hat. Die suchen sich irgendwelche Tätowierer, die richtig gut sind und sagen dann halt einfach, hey, wir machen ein Farbset mit dir zusammen. Und als Konsument hat man ja wirklich das Gefühl, wenn ich mir dieses Set kaufe, dann tätowiere ich so gut wie er. Aber glaubt mir, das ist nicht so. Und ich mache das, ja, weiß ich nicht, schon viele, viele Jahre mische ich mir meine Farbkappen selbst an. Und wie gesagt, ich habe immer dieselbe Größe der Farbkappe. Ich tropfe mir das rein und das ist auch reproduzierbar. Na klar, tropft das mal einmal schneller oder mal langsamer. Dann steht man auch vor dem Becher und überlegt sich, ja, was mache ich jetzt? Dann mache ich halt immer ein bisschen Wasser mit Berg rauf. Und im Prinzip ist Tätowieren ja auch keine Raketenwissenschaft. Weil habt ihr zweimal die Farbe getauscht mit Auswaschen, dann haut das sowieso schon nicht mehr so richtig hin. Also da braucht ihr euch definitiv nicht stressen. Und selbst von Sitzung zu Sitzung ist dieser Unterschied auch nicht wahnsinnig groß. Wenn ihr bei der ersten Sitzung habt, ihr in dem hellsten Farbton drei Tropfen und in der zweiten Sitzung habt ihr vier Tropfen, weil ihr euch das nicht aufgeschrieben habt, nicht gemerkt habt, was auch immer, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Diesen Unterschied wird man nachher, wenn das abgehellt ist, nicht erkennen. Nutzt ihr zwei verschiedene Farben? Das kann man schon mal sehen. Also wenn du zwei verschiedene Farbhersteller nutzt, ja, vor allem am Anfang, da probiert man immer noch so viel rum, weil man denkt, wenn ich jetzt eine andere Farbe nehme, dann funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Aber auch das ist nicht so. Und das hat sogar noch den Nachteil, dass man das auf der Haut nachher auch sieht. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen. Meine Empfehlung ist es immer noch nach wie vor, das Eclipse oder das Ganga Pantera ist auch gut. Auf jeden Fall Single Farben. Mischt euch das alleine an. Damit fahrt ihr immer am besten. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Und nun sage ich wie immer, mach's gut und bleib gesund.